Kommt Blut, muss 404 runtergetropft. Mach's doch selbst einfach. Ich dachte, es ist echt Feuer da. Oh, ich hab keine Ahnung. Da. Ja. Ich lief, weil das aus. Ich gehe doch nicht in 404, wenn ich bin hin oder was. Siehst du aus oder was? Warum müssen wir hin? 202, ja 202! Das ist doch ganz cool. Müssen wir gar nicht hochhessen. Dass die da jetzt einfach verschwunden ist. Ich habe... Nein, nein, nein. Gefällt mir alles nicht hier. Ja, grüß dich. Hallo? Hä? Mein Baby! Du musst es helfen, mich zu fangen. Ja, wo ist denn das hingelaufen? Nein! Ach, reg mich nicht auf. Geh, du bist nach oben gelaufen. Ne. Hier, Notruf würde ich drücken Nicht hoch, Mann Wieso sollte denn das Baby da reinlaufen? Ja gut, Kinder sind ja Achso, das geht ja nicht Kinder sind da ja sehr anfällig, ne? Heißt es ja immer, genauso wie Tiere Die spüren und sehen sowas schneller Und nehmen sowas wahr Geht auch nicht an die Tür, wenn dein Baby davor steht, Mann Pack das halt ein Ach Ey, aber das ist nicht 404, ne? 403 Wo müssen die jetzt offen? Ja Weil das ist ein Delfen nicht, Mann Kann das ein Fenster sein? Ey, da liegt jetzt was Das lag vorher nicht da, ne? Das lag vorher auch Wäsche rum Ja, ja Das habe ich auch eingebaut Das flüstern, ihr kleinen Ausschies Ja, die Toilette geht ja nächstes Ja, du gehst da nicht rein Ey, was ist das für ein Raum? Hier wohnt einfach geil Das ist der Blufleck? Hallo? Oh no Open, close Warum muss ich das jetzt runterschmeißen? Mhm Ich habe es untergeschmissen, aber ich darf nicht mehr runter Hallo? Wie darf ich mir raus? Aber ich muss nicht, dass es verpackt ist Aha, warte mal, jetzt kann ich da rein Ist ja wieder so ein Bild Das wäre mein Baby Jetzt hier raus Darf ich nicht raus? Achso, hier drin Baby Warum bist du hier drin? Was hat es mit dem Fenster auf sich? Das sieht mir aus wie ein Balkonfenster Hier Komm Baby Geh mal Wir müssen Fahrstuhl fahren Das ist okay, das ist für dich Ich kann mich auch runterschmeißen zu deiner Mama Lassen auf die zwei Hallo? Hallo? Jetzt bleibt der stecken Hä? Wo ist das Böden? Oh Das Baby ist cursed Warum ist jetzt hier alles rot? Warum ist mein Auto wieder voll und es steht hier? Was soll das? Oh Oh Was ein Sound Jetzt sind wir in dem Fiebertraum, meine Freunde Das Baby tut einem nichts Gutes Äh, das ist eine Dose Ne Aber nur ein Fleck Priester Braucht sie jetzt Wir alle brauchen sie jetzt Ich soll jetzt Paket ausliefern, oder was? Geld Geld an den Priester Vielleicht so Geld an den Priester Aha Erf mich nicht Warum sind das denn jetzt mehr? Ne So Ne So Was habe ich Für 401 Boah Der Sound Alter Okay, die Frage ist Wie komme ich denn da Da weiter An das kann ich mich jetzt erst wieder erinnern Und mir gefällt es nicht Och man, ich mag das auch nicht, dass ich jetzt hier schon bei 400 bin Ich glaube mich da so nicht rüber Boah Dass man halt im Spiel aber auch nichts leiser machen kann Finde ich schon wild So, das ist das Gehen wir den gleichen Weg wieder zurück Ja schon, ich frage mich nur was das hier alles zu bedeuten hat Was ist denn du? Oh Leute Oder gehe ich da wieder hoch? Ah ne Hier komme ich einfach nur auf den Floor Oh Gott, leider Warum sollte ich das machen? Ich gehe mal davon aus Mein Charakter weiß schon einfach, dass er verloren ist 305 Ich frage, komme ich da jetzt hin? Ne, komme ich ja nicht hin, ne? Das ist ja doof Ey Ey, ja, ja Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt hin komme Da oben konnte ich dort auch nicht rüber Wann müsste ich da an 400 Ding vorbei? Na eben Aber auf 500? Ich hätte mir die Bege vorher anschauen sollen, ne? Das wäre ganz schlau gewesen Aber hier komme ich doch rüber Hm, gefällt mir nicht, dass ich genau hier rauskomme Ja wie, auch wieder nicht Ah, warte mal Gehe ich da rüber Gehe ich mal davon aus Oh Komplizierter hätte man es nicht machen können So, hallo Da, danke dir Okay Im gleichen Weg mir nochmal merken Wie, 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 wie Ah Was ist jetzt da rüber? Ah, ganz hoch Nochmal 4-4 vorbei Die nur 4 Ähm Dann bin ich die runter Er hoch Die nochmal Das ist ein einziges Leiterntheater Mann Äh, ich bin unten Was Wieso bist du jetzt hier? Haben die dich jetzt hier hingepackt Alles habe ich doch schon abgegeben Ich habe alles schon abgegeben Oh Mann, ist es gleich hier Nein, ist nicht hier Hoffnung gehabt War der Part echt so schrecklich, Alter? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern Oh, bitteschön Zwei glaube ich, ne? Noch zwei Oh Gott Äh, wie komme ich denn hin? Die hier muss ich nehmen, ne? So, hören die Sounds auf Mann, ich beschwere mich nicht Weil das war echt ekelhaft Äh 5-2-2-6 Kommt ja nicht aufs gleiche hinaus Ich muss ja wieder halbe Weltreise machen Hab ich echt mal 5 Paket abgegeben? Weiß ich gar gar nicht, Mann, ne? Wo muss ich hin? 2-6 Ich bin gerade bei Film Hier Nein 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 Ey, war da hinten nicht oder was? Ey Okay, nicht Jetzt kommt der Wind auch wieder Ich mag das nicht, dass ich hier ständig dran vorbeilatschen muss, ne? Lass mich da einfach in Frieden Und 403 ist ja genauso cursed Der Raum unter 404 Der Raum rechts neben 404 Wahrscheinlich 5 Irgendwas wird ja dann auch Äh Uncursed sein, oder? Gehe ich jetzt mal von aus? Ich hab keine Ahnung, aber Da muss ich nicht mal hin Sondern hier Ich möchte, dass es einfach aufhört Aber ich weiß, dass wir Also es wird ja ab jetzt nur noch schlimmer Was ich mich aber jetzt frage Man kommt da gar nicht mehr durch Was mit dem Hund Das ist aber Ne, man kommt da gar nicht mehr hoch Auf 2 Da muss ich ja wieder halbe Weltreise machen Da komm ich hoch Dann bin ich ja schon da Es hat aufgehört Ich muss nicht runterklettern Was ist denn jetzt mit dem Aufzug? Ach der Aufzug ist wieder grün Der ist wieder freundlich jetzt zu mir Der Aufzug mag uns wieder Super Super Warte ich das aufsammeln? Diary Ich dachte wir stecken da so ein Zettel mit rein Das hier abgeholt worden ist Diary Heute Ich habe euch eine Katzendose Erika in Raum 502 gegeben Ich habe auch einen Hund Das habe ich mir gewünschen Dass wir hier Gut vorankommen Sie sagt zu mir Dass ich hässlich bin Dass ich Ekelhaft bin Aber ich glaubte Es gibt keine bösen Leute Die Tiere lieben Ich war verletzt Aber Ist doch scheiße Wir müssen da nochmal rumlatschen jetzt Oder was? Ach bin ich blöd Ich weiß es ja gar nicht mehr Weil wir müssen hier runter 500 habe ich abgehakt So ein Schmarrer Ah Diary 5 Ja Ist Michiru-san in den Raum Ich hoffe dass ich mit Michiru-san gut werden kann Da wir im gleichen Alter sind Aber ich habe ihn nie aus seinem Raum gehen sehen Er hat beschlossen ihn zu besuchen Er kam dann endlich fürs dritte mal raus Er sagte aber Dass er nicht glaubt Dass irgendjemand mit mir klarkommen könnte Das war's Und die Tür Verschloss sich Direkt Ach man Voll traurig Er hat halt wirklich auch noch Ein bestes Versuch zu geben Die Leute wollten einfach ihn nicht akzeptieren Wie er war Übrigens seid auch wegen der Übersetzung Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht Und ich habe die ganze Zeit Also ich habe die Übersetzung im Kopf Aber ich habe immer die englischen Wörter Die ich dann Sagen will Und das ist natürlich ein bisschen blöd Deswegen ja Ich versuche mich da rein zu fuchsen Damit das besser wird 404 sind wir jetzt Da habe ich jetzt gar keinen Bock Müssen wir da nochmal hin Ich weiß es gar nicht mehr Mussten wir hier hin? Nein Cool Wollen wir aber hier runter oder? Ja Ja In der Nacht Mr. Takeo In Raum 206 Trug Eine Box Voll mit Bier Kannen Ich sagte Soll ich dir helfen? Und er sagte Zum Piep Versuchst du zu helfen Wenn du zahlst zum helfen Dann solltest du nicht hier sein Äh nicht Welfare sein? Just a burden to society Sag dem Mr. Takeo So ja okay Es ist bloß ein Opfer Diese Sozialität I wonder if people around me think that way Ich wundere mich Andere Leute auch zu denken Ich weiß nicht mehr wo wir noch hin müssen Keine Ahnung Toch Bitte Ich ist nicht mehr Ich kann es nicht mehr 댓 Versuchst Es wird Ver制 Är Auf Veras